Ich freue mich sehr, dass die Berner Stimmenvölkerung Ja gesagt hat zur Welle 7 und wir jetzt die neue Velonstation am Bahnhof realisieren können. Ein gutes und attraktives Angebot an Veloabstellplätzen ist für einen funktionierenden Bahnhof zentral. Es ist ein weiterer Schritt zur Förderung von nachhaltigen Verkehr. Im Bahnhofsumfeld ist der Bedarf nach Veloabstellplätzen besonders gross. Wir bleiben dran, hier weiter gute Lösungen zu schaffen. Vielen Dank.